Deutsch lernen durch Hören Kurz angebunden sein Wenn wir kurz angebunden sind, dann heißt das, dass wir nicht viel reden möchten. Jemand fragt etwas und wir geben nur eine kurze Antwort. Hier ist ein kleines Beispiel. Benjamin fährt in den Urlaub nach Griechenland. Es gibt dort sehr viel zu entdecken. Benjamin ist den ganzen Tag unterwegs. Er macht sehr viele Fotos und geht erst spätabends schlafen. Nach zwei Wochen fliegt er zurück nach Hause. Am Flughafen trifft er seine Freunde, Tabea und Klaus. Die beiden wollen Benjamin viel über seinen Urlaub fragen. Aber Benjamin ist sehr müde, weil er nur sehr wenig geschlafen hat. Er möchte jetzt nicht über den Urlaub reden. Hat es denn Spaß gemacht? Fragt Tabea neugierig. Doch Benjamin nickt nur und antwortet, ja. Dann verabschiedet er sich und geht nach Hause. Wow, der ist aber kurz angebunden. Deutsch lernen durch Hören. Untertitelung. 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 Vielen Dank.